Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Es wird wirklich wieder mal Zeit, ein Video zu machen. Deswegen habe ich mich aufgerafft und dachte mir, jetzt machst du es, auch wenn du es nicht möchtest, auch wenn du keine Zeit hast. Ja, manchmal muss man sich gegen den inneren Schweinehund wehren und einfach über den Schatten springen. Das ist einfach tun, nicht denken, sondern tun. Das ist mein erster Input für dich. Dass du wirklich nicht so verhirnt, hätte ich beinahe gesagt, bist, nicht so viel auf deine eigenen Gedanken gibst, die dich da möglicherweise extrem blockieren, sondern einfach auf die Handlungsebene gehst und irgendein Tool findest oder ein Skill, um den Kopf freizukriegen. Das kann ein Spaziergang sein, das kann ein Gespräch mit Freunden sein, das kann alles möglich sein, meine Lieben. Aber in diesem Video will ich eigentlich auf den Brand heißes Thema eingehen. Heiß, ja? Und zwar besonders für mich als Psychotherapeutin, die ich ja selbst betroffene bin. Wie viel Initiative kannst du von deiner Therapeutin, deinem Therapeuten denn erwarten? Stell dir mal vor, du bist in einer Psychotherapie-Sitzung und du gehst da hin und du denkst dir, ja, das Ganze soll ja was bringen, damit will ich ja meine Ziele erreichen, indem ich da hingehe. Und der Therapeut, die Therapeutin soll mal machen. Ich hab dir immer wieder gesagt, Therapeutin sein heißt ja sowas wie Guide, Bergführerin sein, also dir so gewisse, ja, Impulse geben, ne? Lauf weiter, Motivation etc. und so weiter und so fort, pipapo. Aber was ist denn, wenn du da sitzt und einfach keinen Ansatzpunkt findest, einfach nicht ins Reden kommst? Und du möchtest aber so gerne eine Traumatherapie machen, du möchtest so gerne Trauma bearbeiten und nicht nur Trauma, du möchtest all deine Themen, all deine heißen Eisen anfassen, aber es kommt nichts. So wie du in der Therapie sitzt, kommt nichts. Übrigens wundert euch nicht, meine Schiene ist runter, der Draht ist raus, aber es ist noch immer hier sehr stark gerötet, der Finger und ja, er ist auch nicht noch voll einsatzfähig. Da muss ich erst noch Physiotherapie machen, für alle, die es noch nicht wissen. Ich hab mich selbst verletzt, unabsichtlich mit einem Besteckmesser beim Versuch, einen Koffergurt auszupacken, als ich nach Sri Lanka zu meiner Coaching-Reise wollte. Und ja, jetzt wisst ihr alles. Gut, nun aber zurück zum Thema. Was ist, wenn ihr dann beide so da sitzt und es passiert genau gar nichts? Deine Therapeutin fragt dich, und wie geht's ihnen? Und du sagst, geht, danke. Und deine Therapeutin sagt zu dir, worüber reden wir heute? Und du sagst, ich weiß nicht, wie sie möchten. Und eigentlich wünschst du dir, dass über das Trauma gesprochen wird, dass über deine Wunden gesprochen wird, dass irgendwas über deine Themen, dass du schwer soziale Kontakte fassen kannst oder knüpfen kannst, dass irgendwas aufs Tapet kommt, aber es kommt nichts. Ja, was machst du da am besten? Hm, schwierige Frage. Beziehungsweise, was kannst du von deiner Therapeutin erwarten? Muss sie das dann für dich erledigen? Muss sie quasi wie eine Hellseherin merken, spüren, erraten, wie es dir geht und dass du nicht aus sie rauskommst? Muss sie das kompensieren und ausgleichen, indem sie dann die Fragen stellt, die dich aus der Reserve locken? Klare Antwort, nein, muss sie nicht. Denn das geht auch gar nicht. Weißt du, eine Therapiesituation oder eine Therapiesitzung ist ja keine Interviewsituation, wo du sozusagen erwarten kannst, dass die Therapeutin die richtigen Fragen stellt und du dann die Antworten gibst, die du immer schon von dir hören wolltest und die dir auf die Sprünge helfen. Nein, so ist es nicht. Es ist ganz anders. Es ist eine dynamische Interaktion, gerade wenn du mit deiner Therapeutin unzufrieden bist und zum Beispiel das Gefühl hast, die holt mich ja gar nicht mehr da ab, wo ich bin, die versteht mich nicht. Dann wäre es an dir, ja darüber zu sprechen. Genau darüber. Ja, du hast richtig gehört. Genau darüber, wo du dir denkst, das ist eigentlich etwas, was deine Therapie stört, schrägstrich zerstört oder aber verhindert. Genau das ist es, worüber du sprechen solltest. Das will ich dir in diesem Video ans Herz legen. Sprich genau darüber, was die Therapeutin mit ihren Fragen oder Nichtfragen, mit ihren Reaktionen auf den Schweigen bei dir auslöst. Das ist genau deine Aufgabe in der Psychotherapie, denn wenn du es nicht tust, weißt du, was dann passiert? Dann passiert nämlich Folgendes. Keiner von euch beiden spricht. Die Therapeutin getraut sich nicht irgendwas zu sagen, weil sie Sorge hat, dich zu triggern oder dich auf eine Fährte zu bringen, die vielleicht zu sehr in die Tiefe gehend ist. Und dann könnte das ja womöglich eine Wiederholung des Traumas sein, in einer Bedrängnis ausarten und dir das Gefühl geben, jetzt bedrängt die mich auch noch. Jetzt geht die auch noch über Grenzen hinweg. Sie, die Therapeutin. Und deswegen ist es nicht so, dass Therapeuten sehr, sehr initiativ sind, sondern es ist eher so, dass du initiativ sein darfst. Und wenn du es eben gerade nicht kannst, über diese Blockade, über diese Schwierigkeit zu reden, über diese Schwierigkeit zu vertrauen, über diese Schwierigkeit aus dir rauszukommen, in deiner Psychotherapie-Sitzung bitte, bitte reden solltest. Genau darüber, dass du schwer ins Reden kommst, solltest du nämlich reden. Was hast du davon? Was hat die Therapeutin davon? Die Therapeutin hat folgenden Vorteile und Benefite. Und insgesamt ist das auch ein Benefit für deine Therapie. Sie weiß, dass du gerne möchtest, aber nicht kannst. Also reden möchtest über deine verschiedenen Themen, aber eben nicht kannst. Und du gibst ihr, indem du ihr das mitteilst, die Chance da anzusetzen und dich da abzuholen, wo du gerade bist und nicht die ganze Zeit irgendwelche kryptischen Fragen zu stellen, von denen du vielleicht überfordert oder gar genervt bist, weil es eben nicht die Fragen sind, die du hören willst. Und deswegen mein Tipp, sprich mit deiner Therapeutin. Stell sie nicht auf die Probe, indem du hoffst, dass sie hellserische Qualitäten beweist und selbst dahinter kommt, wie dir gerade geholfen werden könnte. Ob mit Reden, Schweigen, mit welchen Fragen auch immer. Nein, davon solltest du bitte nicht ausgehen, sondern komm deiner Therapeutin entgegen, indem du ihr die Fährte legst, indem du ihr die Hand reichst, indem du ihr sagst, nicht bitte zum Tanz, aber bitte zur Therapie. Im Sinne von, ich möchte, ich kann nicht. Gerade eben war ich noch voll der Ideen, was ich in dieser Stunde, ich spreche jetzt für dich, anbringen möchte und jetzt ist alles weg. Ja, wie mit einem Plopp einfach weg. Und dann gilt es, dass ihr gemeinsam da hinschaut, was ist denn da schuld dran? Wann war denn das schon so ähnlich, dass etwas in dir hochgedrängt hat, also raus wollte aus dir und du konntest es nicht sagen? Beziehungsweise wann hat es begonnen, dass du nicht mehr sichtbar wurdest? Dass du einfach nicht mehr sichtbar wurdest, dass du dir keine Stimme mehr gegeben hast, dass du verstummt bist? Wann hat diese Resignation oder Enttäuschung oder wie auch immer wir es nennen wollen, keine Ahnung, dieser Rückzug, dieses Misstrauen, nenn es wie du willst, ich weiß nicht, welcher Begriff jetzt auf dich individuell zutreffen könnte, wann hat es begonnen? Und da schauen wir dann gemeinsam hin, beziehungsweise du mit deiner Therapeutin, da könnt ihr dann eine Chance draus machen. Ist es kein Defizit mehr, nicht sprechen zu können, sondern im Gegenteil ist es eine Bereicherung, wenn du der Therapeutin die Tür öffnest und nicht die Tür vor der Nase zuschlägst, indem du dein Schweigen unkommentiert lässt und einfach darauf wartest, sie muss es doch erraten, was ich gerade brauche. Nein, muss sie nicht, sie ist keine Hellseherin. Ich bin keine Hellseherin. Deswegen reich deiner Therapeutin die Hand, indem du dich wirklich öffnest und sagst, jetzt habe ich schon wieder das Gefühl, es versteht mich keiner. Oder auch sagst, jetzt habe ich schon wieder das Gefühl, ich muss hier abbrechen und weggehen, weil sonst verlassen sie mich vorher. Jetzt habe ich schon wieder so ein Gefühl wie damals. Alles, Punkt, Punkt, Punkt. Weißt du, das ist sich öffnen. Es muss nicht immer sein, dass du alles raussprudeln kannst und alles von A nach B nach C linear erzählen, sodass alles schön schlüssig ist wie eine Geschichte. Nein, es kann sein, dass da einfach nur Fragmente, Trümmer aus dir rauskommen und dass ihr teilweise im Wald voll lauter Bäume nicht seht. Aber, dass du die Erfahrung machst, da ist jemand, da kann ich auch mal unkoordiniert sein, da kann ich chaotisch sein, da kann ich stumm sein. Und es passiert nichts Schlimmes, sondern ich darf so sein, wie ich gerade bin. Und diese Erfahrung bringt dich weiter und nicht nur das Reden. Und viele wissen auch nicht, was Traumatherapie ist. Weißt du es? Würde mich interessieren, wenn du in die Kommentare vielleicht deine Erfahrungen mit Traumatherapie schreiben möchtest. Du machst es auch gerne. Das ist auch eine Bereicherung für alle anderen, die hier dieses Video gucken. Teile es auch gerne, wenn du das Gefühl hast, es ist ein Impuls auch für andere, in der Therapie offener zu sein. Das ist ja mein Credo, das Um- und Auf dieses Kanals dich zu motivieren, wirklich Tacheles zu reden. Und nicht die ganze Zeit Angst zu haben, Therapeutin macht nur Dienst nach Vorschrift, Angst zu haben, Therapeutin macht das nur wegen des Geldes, Angst zu haben, Therapeutin hat andere Patientinnen lieber. Sprich genau über diese Punkte, wenn sie dich blockieren in deinem Vertrauen. Dann ist es ein Gewinn insgesamt für dich, für die Therapie und auch für die Therapeutin, eine Freude mit dir zusammenzuarbeiten. Weil sie merkt, du nimmst es ernst, du versuchst wirklich da zu sein und so zu sein, wie du tatsächlich bist. Und das ist ja schon das Allergrößte, was man in der Therapie überhaupt erreichen kann. Ganz egal, ob du über deine Trauma da sprechen kannst oder nicht, du bist da, du wirst sichtbar mit all deinen Gefühlen und Ambivalenzen, also Zerrissenheiten, inneren Konflikten, was auch immer. Du darfst da sein. Und das ist die Hauptsache, dass du das lernst, einfach auszuhalten, zu spüren, zu fühlen, zuzulassen, dir zu erlauben lernst. In diesem Sinne freue ich mich über deine Kommentare. Tschüss, bis gleich.